Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. So, im letzten Part haben wir Enel vernichtet, oder zumindest die Statue davon. Wer Enel nicht kennt, das ist der Typ aus One Piece mit den Blitzen. So, aber genug dazu. Wir dringen tiefer in die Dämonenfessung ein. Und anstatt nach oben zu gehen, gehen wir weiter nach unten. Das macht Sinn, weil wir ein Gott sind. Nein, das macht keinen Sinn. Das heißt, ich muss euch alle aufschlitzen. Emi, was hast du diesmal gemacht? Denk dir lieber schnell was aus. Ich denke mir... ...dass ich alle auf einmal treffen muss. Scheiße! Ah! Was muss ich tun? Musste man die nicht einfach treffen, alle zeitgleich? Okay, wir sterben. Das ist gemein. Ich habe noch alle getroffen. Ach, da ist noch eins. Oh, wie fies. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, Entschuldigung, ich habe das jetzt alles übersprungen. Aber dieses Auge habe ich übersehen. Ah, ja, ist okay. Mach. Nicht schon wieder. Denk dir was aus, Amy. Hä? Die kann man gar nicht alle sehen. Okay, ich mache das in zwei. Okay, hat gereicht. Hu, sa, ho. Vielleicht hätte ich das gerade eben noch geschafft, aber... ...mah. Mah. Okay, wir wollten hoch auf die Dämonenfestung, also klettern wir weiter in den Keller. Macht Sinn. Ich sollte vielleicht wieder einen Timer starten. Moment. Sagen wir so. Okay, gut. Urgh. Und jump and run. Ein 2D-Spiel. Alter, was ist das? Wie erstellen die ihre Gänge, bitteschön? Dämonen. Sie wissen es nicht besser. Beziehungsweise, wir gestalten die ihre Wände. Das I don't understand. Okay, hier brauchen wir irgendwas. Hier können wir was kaputt machen und halten dafür Zeug. Ach, du Heilige. Nein! Gemein. How to get rid of these Stacheln. Ach ja. Good. Hmm. Ach so. Okay. Das ist eine Wand. Das habe ich natürlich gesehen. Natürlich. Wie kommt man das nur übersehen? Fuck abusing. Okay, dann muss ich durch. Und hier kriege ich wieder einen Schlüssel. Ah, woher komme ich hoch. Cool. Was gibt es hier denn? Nein! Nein! Oh, ich habe mich so gefreut. Und dann sagt das Spiel einfach nö. Nein! Ach, komm. Gut, dann aktivieren wir erstmal, was auch immer das jetzt aktiviert. Und dann gucken wir gleich nochmal nach, was das macht. Wams! Okay, da kommen wir, denke ich, weiter. Deswegen gehen wir da nicht lang. Nein! Oh, Amy! Ah, okay. So. Ziehen wir die Katzenfote nach oben. Nein! Stopp! Weil es nicht reagiert. Gemeinheit! Good. Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Ich meine, wir wissen jetzt, wo das Loch ist. Und wir müssen noch oben nachgucken. Da oben versteckt sich nämlich was. Aha! Das wusste ich natürlich. Vorsicht! Und hier haben wir... ...ne Perle! Da oben ist aber noch ein Loch in der Decke. Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Okay. Ach komm, fangen wir mal hier runter. Mal gucken, wo es hier lang geht. Hui! Es geht hier lang. Good. Und hier gibt's noch irgendwas. Nice! Noch ein Exorcismus, ey. Oh, das gefällt mir. Scheiße. Okay. Dann fahren wir halt hier runter. Hui! Und sind wieder unten. Aua. Gut, den Schlüssel hat mir schon mitgenommen. Ja, ich war gerade verwirrt. Gut, 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 gut. Dann springen... Springen wir einfach mal nach oben. Und sind gespannt, was uns erwartet. Ähm... Tja. Tja. Achso, ja. Ich seh's. Nur weil ich's sehe, heißt es nicht, dass ich's auch verstehe. Okay. Ja, geschafft. Also ich hatte schon richtig gesehen, dass es Ventilatoren sind, aber ich hatte nicht gesehen, dass es halt, äh... Ah ja, nach oben geht. Garden. Und jetzt sind wir oben irgendwo. Weil wir nach unten gegangen sind. Es macht Sinn. Ich habe das Gefühl, das Spiel will, dass wir speichern. Lebenspunkte aufheilen mach ich aber gerne mal mit. Äh... Ich habe ja wieder so ein Blitzteil. Blitzdings. Und dann würde ich mal sagen... Truhe, öffne dich. Was haben... Was haben die hier? Was hast du für uns? Die Karte der Uni-Insel. Unglaublich. Wir wollten schon immer haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Leicht übertrieben. Gehen wir mal hier lang. Mal sehen, was uns erwartet. Tod und Verderben. Das erwartet uns. Okay. Hier drauf können wir laufen. Hier drauf verlieren wir unser Zeug. Den Schlüssel haben wir aber immer noch im Maul. Und... Äh... Ganz ehrlich, ich brauche mal kurz eine Pause. Moment. Okay, geht direkt wieder weiter. Ah, ja. Ich hätte mir noch gerade ein bisschen was zu trinken mitnehmen sollen. Er hat keine Angst mehr von uns. Was ist hier los? Werde geschockt. Na dann halt nicht. Ähm, ja. Vielleicht sind wir dann auch einfach hier an der falschen Stelle. Kann ja auch sein. Ui. Ach, hier kann man durch. Okay. Ich wollte eigentlich da oben drauf, aber... Ja, man springt nur drüber. Okay. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Aua! Du hast mir wehgetan. Dafür werde ich dich explodieren. Lassen. Ansonsten kann ich hier nichts tun. Außer ein Fahrt hochklettern. Wo dann irgendetwas auf uns lau... Oh, äh, ah. Spinnen. Spinnen. Kammerjäger am Metterraso meldet sich zu Dienste. Okay, dann. Soweit noch so gut. Was ist das für eine Statue? Kann ich dich... Geschockstingsen. Da ist noch eine. Versteckst du irgendwas? Noch eine. Versteckst du was? Keine Ahnung. Okay, äh, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, ich sehe das, Issun. Danke. Okay. Soweit so gut. Wir machen noch hier die Truhe auf und dann gehen wir weiter. Moment. Erstmal gucken, was drin ist. Look, 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 look. Du, 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 du. Fickeltung. Du, 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 du. Es fehlt ja immer noch, äh... Well, äh, blablabla. Okay. Also als Ankündigung. Super Mario Galaxy 2 ist ja bald fertig. Ich weiß nicht, wie weit es jetzt bei Okami ist, aber... Äh, an der Stelle würde ich gerne mal fragen, was ihr euch so für Projekte wünschen würdet. Und in der Videobeschreibung zu dieser Folge werde ich einfach mal einen... Naja gut, ich werde es auch direkt in der Kanalbeschreibung machen, aber... Ähm... Ne, guckt einfach in der Kanalbeschreibung nach. Ist, glaube ich, einfacher. Ähm... Und da werde ich einfach mal ein paar Alternativen auflisten. Mit... Spielen, die ich gerne spielen würde und habe. Und dann könnt ihr mir einfach mal sagen, ja... Wie ihr die findet, ob ihr die gucken wollt, ob ihr die nicht gucken wollt oder was auch immer. Keins von denen oder sonst irgendwas. Oder wenn ihr einen guten Vorschlag habt, könnt ihr es auch gerne in der Folge hier in den Kommentaren posten. Ich glaube, ich muss meinen Mega-Schlüssel jetzt verlassen. Davor schalte ich aber noch hier etwas frei. Äh... Abkürzung. Das macht Sinn. Ja, man wäre hier gar nicht rübergekommen. Na gut, ähm... Tut mir leid, Schlüssel. Ich brauche dich nicht mehr. Dafür brauche ich aber dich. Exorzierender Pfeil! Warum auch immer hier ein exorzierender Pfeil in der Dämoneninsel rumliegt. Zack! Gen! Ah, ich hab's kaputt gemacht. Okay. Äh, dämlich. Tobi! Okay. Wir brauchen Hilfe. Was zum? Was macht der Dämonenkopf da? Warum hab ich einen Dämonenkopf? Sterbe ich gleich, oder wat? Oh, das erinnert mich an den Endkampf von Final Fantasy XIII. Ich, äh... Ich spiel ja noch parallel ein bisschen. Also privat, quasi. Äh... Und... Da hab ich jetzt vor kurzem Final Fantasy XIII endlich nach zwei Jahren in dem Regal stehen, durchgespielen... ...und parallel spielen und was auch immer. Auf jeden Fall hab ich's jetzt endlich geschafft, durchzuspielen. Alter Schwede! Ich saß eine komplette Dreiviertelstunde nur an einem Kampf. Und am Ende ist ein Timer abgelaufen. Also, äh... Es gibt halt die Möglichkeit, dass man nach einer bestimmten Zeit dann einfach stirbt. Wenn... Ein gewisser Zaubertod gecastet wurde. Der Zauber wurde gecastet, der Timer lief runter. Im letzten Moment hab ich dann nochmal es irgendwie geschafft, ein... Ach egal, das gehört einfach nicht zum Spiel. Aber ich hab's noch irgendwie geschafft, weil ich... Dinge beschworen habe. Ja. Aber das war knapp. Aber was bedeutet hier dieses... Das... Das Teil? Ich versteh's nicht. Aber erst mal Tobi begrüßen. Hi Tobi! Mein Herr? So, ihr habt es also bisher geschafft. Ich muss euch leider mitteilen, werter Herr, dass der Spaß zu Ende ist. Es ist meine eingeschworene Pflicht, hier zu wachen. Aber während unserem kleinen Wettkampf... Oh, wie soll ich das nur ausdrücken? Habt ihr mir mal in Zuneigung gewonnen, werter Herr. Der Anblick von euch, wie ihr euer Leben in einem eleganten Sprint riskiert. Das ist etwas, das ich einfach nochmal sehen muss. Hehehe. Hab ich als Torwächter versagt, da ich so fühle... Ähm... Nö, nee, nö. Solange du mir jetzt nicht sagst, dass du mich liebst, ist alles in Ordnung. Also versteht ihr, werter Herr? Ihr möget ein Leben voller Wettkämpfe leben. So weit zu kommen, um dann aufzugeben? Nein, so bin ich nicht. Es ist mir egal, ob ich als Torwächter versage. Lass uns dieses Rennen zum allerbesten Rennen machen. Ich wollte eigentlich nur Anlauf holen, aber okay, das nehme ich gerne mit. Mist. Wenn ich dran kommen würde, natürlich. Bullenhorn! Haben wir ja noch gar nicht gefunden. Ein Yen gefunden. Noch ein Yen. Ach nee, das ist Solarenergie. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen... Da bei der Wächterspinne dann die Zeit verlangsamen und dann... Joa. Dann durch. Äh, falsche Taste. Äh, beziehungsweise überhaupt keine Taste. Falsche Bewegung. Ich verlang's einfach von nochmal die Zeit. Man kann's ja einfach machen. Es tut mir leid, Tobi. Ich habe gewonnen. Ich wusste es. Ich wollte es aber trotzdem mal ausprobieren. Äh, bitte geh kaputt. Danke. Du gehst bitte auch kaputt. Ja, sehr schön. Wir zerstören die Dämonenfestung. Ah. Ja, das war ein Wind, den ich gezeichnet habe. Hat man eindeutig erkannt, oder? Gut, alles kaputt gemacht. Wir können weiter. Großer, leerer Raum. Tut mir leid, Leute, aber ihr müsst sterben. Ihr blockt meinen Blitz ab. Wie ist das möglich? Ihr seid nicht. Ihr seid nicht wirklich, beziehungsweise der Blitz ist nicht wirklich effektiv gegen euch. Merke ich gerade. Ich würde wirklich gerne anvisieren. Nein. Lasst mich in Ruhe. Ich habe jemanden zu töten. Alter, Schwede. Die halten aber viel aus. Nein, ich wurde getroffen. Von einem komischen, fettberoten Viech. Kann mir mal jemand sagen, wie man hier einfach gegen die gewinnt? Ich verwende die alte Taktik. Es geht immer. Wir haben den Hintern weggesprengt. Hahaha. Okay. Hör mal auf, so rum zu ragen. Ich muss hier Bomben legen. Ob das jetzt viel besser ist, aber wir lassen es einfach mal dahingestellt. Mist. Kann ich dich vielleicht elektrisieren? Nein, es geht nicht. Alter Schwede. Okay. Von da nach da. Nein, es macht keinen Schaden. Nun, schade, aber was auch immer. Er ist tot. Wir haben gewonnen. Zeitschaden, okay. Ja, damit kann ich leben. Das war halt eben doch nur ein scheinbar leerer Raum. Und warum ist da oben eine Gewitterwolke? Wir haben doch immer noch den Schlüssel dabei. Warum sind da oben zwei Gewitterwolken? Ach, wir hätten die wahrscheinlich auf die Keulen lenken können. Wäre natürlich eine Idee gewesen, aber... So schlau, wenn das nass. Ich verstehe die Wolken nicht. An sich hätten wir ja immer noch den Schlüssel dabei haben müssen. Alter, ist der Boden... Boah, ist der sauber. Also, wenn ihr euch in einem Holzboden spiegeln könnt, dann wisst ihr, scheiße, der ist sauber. Alter Schwede. Die Dämonen haben einen leichten Putzfimmel, würde ich sagen. Oh, da ist ne Katze. Da ist ne Katze. Ich seh die Katze. Ja. Und einfach dran vorbeispringen. Yay, haben's ge... Schafft. Spinne, ich hab dich gesehen. Ich will nicht. Krüge, ich will euch kaputt machen, danke. Wo war die Spinne? Jetzt seh ich sie nicht mehr. Ach, da oben. Kann man hier irgendwo drauf springen? Man hätte da oben drauf springen können, verdammt. Ich will da oben drauf springen. Moment. Äh, Kamera, dreh dich schneller. Gut. Wir müssen einmal nach oben. So, jetzt nicht runterfallen. Alles ist okay. Alles ist okay. How to get up there? I think it's quite impossible. Ähm... Okay. 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 Ach, verdammt. Ich dachte, die Katzenpfoten wären immer noch aktiv, aber nein, anscheinend nicht. Äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Bin ich gerade unter der Spinne durchgerannt? Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich bin an einer Wächterspinne vorbeigekommen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man da oben rankommen soll. Deswegen lass ich's einfach. Kann ich mich gleich mit einer Liane da einfach ranziehen? Keine Ahnung. Äh, du da, stirb. Bitte. Ach, man kann auch einen Kettenblitz machen. Ach, da ist noch einer. Na gut. Und stirb. Sehr schön. Ich mag schnelle Kämpfe. Zeitschaden hoch. Geld gesammelt. Ist nett. Äh, die Frage bleibt, wie komm ich an so hohe Stellen ran? Das würde ich gerne schaffen. Warum ist da oben Jasma? Und warum ist da oben Tobi? Manche Sachen, die werde ich nicht begreifen und werde ich nie verstehen. Egal. Blockkopf. Ja, ich bin Blockkopf. Ich bewahre diesen Ort so, dass alle passieren können. Äh, warte. Es soll heißen, dass niemand passieren kann. Ach, du bist schon wieder. Möchtest du wirklich, dass ich weiter auf deinen Schwachpunkt zeige? Wovon redest du? Äh, nun, wo war ich? Oh ja, äh. Du bist dieser schreckliche Mörder, der meine Brüder abgeschlachtet hat. Der weiße Dämon des Todes. Äh, äh. Sieht so aus, als hättest du einen neuen Spitznamen, Felgneu. Ich habe deine Ankunft vorausgesehen. Blub. Ich habe meinen Timer nicht wirklich mehr im Kopf. Und, äh, startet. Verdammt. Moment, Moment. Das muss ich kurz nachgucken. Wie lange läuft der Part schon wieder? 26 Minuten. Sehr gut. Danke, Ur, dass du mich darauf hinweist. Okay. Ähm. Ich habe deinen Ankunft vorausgesehen, was auch immer. Äh, und, äh. Ich bin der Schattenherrscher der Oni-Insel. Also der geheime Herrscher. Sei gewarnt. Ich bin total anders als meine Brüder. Bestimmt. Du magst zwar der weiße Dämon des Todes sein, aber mich wirst du niemals erschlagen. Und jetzt verschwinde. Hier kommt niemand durch. Okay. Äh, Leute, ähm. Entschuldigung, dass ich jetzt vergessen habe, wann der Part aufhört. Aber, äh, nicht. Die Technik hat versagt. Ähm. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Wenn es wieder ist, let's play Okami. Bis dahin. Und ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020